Guten Abend meine Damen und Herren. Ich bin Rashid. Ich bin in Zonenbrücke. Sie immer gucken täglich Speyer. Heute Nacht Video. So vorne ist Gästhaus zum halben Mond. Und diese Seite, als Stadt ist das, egal wo du bist, Speyer Nacht Video ist da. Heute ist 4. Januar 2022. Neue Jahre. Es ist nicht mehr kalt. Alle 11 bis 12 Grad sind das Wetter. Hallo. 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 Ciao und mal. Hallo. YouTube-Kanal. Danke! 5-Minute Video.